Meine Bettdecke kommt in den Service. Was passiert mit dir als erstes? Als erstes trennen wir die Decke auf. Dann nehmen wir die Taunen raus, das heisst aufschneiden. Dann wird der Stoff gekehrt und dann kommt die Taunen in die Waschmaschine. Warum waschen wir nur die Taunen und nicht einfach den Stoff? Der Stoff wird über die Jahre undicht. Er wird Taunen und Milben undicht. Er kann natürlich rein und raus. Er isoliert deine Wärme nicht mehr gleich. Darum sollte man immer alle vier Jahre, wenn man den Service macht, neuen Stoff machen, damit er wieder dicht ist.